Hallo, herzlich willkommen. Ein kleines Filmchen zum Thema Dacherzeugen in Archicad. Hier soll auf einem quadratischen Grundriss oder rechteckigen Grundriss eine Dachfläche liegen, die allerdings nicht parallel zu einer der Wände-Wandrichtungen ansteigt, sondern im 45-Grad-Winkel. Das heißt, ich zeichne zunächst mal die Dachfläche und danach passe ich die Wände an, sodass sie genau unter dem Dach enden. Das Dachflächenwerkzeug ist dies hier. Die Geometrie-Methode, mit der ich zeichnen will, ist gedreht. Gedrehtes Dach. Das ist sozusagen eine einfache Dachfläche, die allerdings nicht parallel zur x- und y-Achse laufen wird. Und jetzt ist die erste Aufgabe aber immer bei einem Dach, dass sie die Dachaufsetzlinie zeichnen. Das ist sozusagen die geometrische Traufe, wenn man so will. Also die Linie, von der aus das Dach aufsteigt. Ich möchte gerne, dass es im 45-Grad-Winkel läuft. Ich habe hier extra eine Linie schon gezeichnet, eine Hilfslinie. Ich kann diese Dachaufsetzlinie jetzt zeichnen. Es ist egal, wie lang die ist. Es ist wirklich vollkommen egal. Hauptsache, sie liegt auf dieser Hilfslinie. Ein zweiter Klick beendet das Ganze. Jetzt klicke ich mit dem Augencursor in die Richtung, in die das Dach ansteigt. Und jetzt kann ich die Dachfläche zeichnen. Ich mache das mal extra, möglichst ungenau, damit man später sehen kann, wie gut man das Ganze sozusagen noch editieren kann. So, das Ganze ist ein bisschen schlecht erkennbar. Ich hoffe, so können Sie es besser sehen. Jetzt kann ich diese Dachfläche anpassen. Ich kann jetzt hier die Kanten dieses Daches einfach anklicken. Sie sehen diesen Cursor, wie er sich verändert. So sieht es aus. Und jetzt kommt diese Pad-Palette, die Sie schon kennen. Jetzt brauchen Sie nicht in Panik zu geraten. Sie klicken einfach in aller Ruhe auf diesen Button hier. Und dann können Sie die Dachfläche erweitern. Ich fange mich hier an diesem Eckpunkt ein. Ich möchte natürlich nicht, dass das Dach darüber hinaus geht. Genauso hier. Und jetzt kann ich auch Punkte verschieben. Ich möchte natürlich, dass die Dachfläche genau über dem Grundriss liegt und nicht darüber hinaus ragt. Jetzt kann ich diese Punkte hier anklicken. Dann habe ich die gleiche Möglichkeit. Hier können Sie Punkte verschieben. Die richtige Funktion ist schon eingestellt. Falls es nicht so sein sollte, können Sie jetzt auch wieder in einer Ruhe hier oben in diese Pad-Palette klicken. Das ist aber die richtige Option. Also ziehe ich jetzt das Dach da drauf. Das Dach ist jetzt also sozusagen schon da. Sie können jetzt dieses Dach beliebig im Grundriss anpassen. Die Dachfläche selber, die Neigung dieser Dachfläche bleibt dabei erhalten. Jetzt muss ich das Ganze noch hier. Jetzt muss ich hier noch einen Punkt einfügen. Das mache ich so, indem ich hier einfach drauf klicke und auf diese Option hier klicke. Schauen Sie mal, ich habe auf eine Kante geklickt. Ich hatte vorher diese Option hier im Einsatz. Jetzt brauche ich aber die hier. Damit kann ich einen neuen Punkt einfügen und den kann ich auch gleich an die richtige Stelle ziehen. So, ich muss ein bisschen raus scrollen. Hier gibt es noch mehr Punkte, die ich anpassen muss. Nein, da hin. Und gehen da hin. Jetzt ist meine Dachfläche richtig angepasst. Ich schaue mir das Ganze mal in einer 3D-Ansicht an. Dazu deaktiviere ich das Dach zunächst einmal, damit ich auch die Wände im 3D-Fenster sehe. Da ist auch meine Dachfläche. Genauso wie man es haben wollte. Ich habe also hier ein Dach, wie dick auch immer und wie geneigt auch immer. Das ist jetzt eine andere Frage, die ich gar nicht vorher geklärt habe. Darum ging es mir auch nicht. Aber das ist zumindest jetzt mal die Dachposition. Und jetzt ist folgendes. Sie können die Dachflächen, Entschuldigung, die Wandflächen anpassen. Aber dazu müssen sie vorher höher sein als dieses Dach. Jetzt gibt es einen einfachen Trick. Ich benutze mal das Pfeilwerkzeug und klicke hier oben auf diesen Eckpunkt mit gedrückter Steuerungs- bzw. Command-Taste beim Apple. Erstmal muss ich es anklicken. Und wenn ich dann da draufklicke, kann ich die Höhe sehen dieser Punkte. Sie sehen also die Höhe des Punktes auf der Dachoberseite und die Höhe des Punktes auf der Dachunterseite. Das wäre hier. Also 13 Meter. Und das heißt, die Wände müssen also etwas höher sein als 13 Meter. Dazu wähle ich die Wände aus. Am besten in diesem Fall Wandwerkzeug aktivieren. Jetzt habe ich alle Wände ausgewählt. Und hier oben trage ich jetzt einfach mal 15 Meter ein. Schon sind die Wände höher. Okay. Und jetzt kommt der Trick. Planung an Dach anpassen. Die Wände sind ausgewählt. Oben anpassen. Das war's. Anpassen und fertig. Schon sind die Wände angepasst. Alles ist paletti. Hier kann ich das von allen Seiten angucken. Falls Sie im Nachhinein die Dachfläche noch mal verändern, das heißt zum Beispiel Ihre Neigung und die Wände daraufhin neu angepasst werden müssen, müssen Sie die Wände vorher auswählen. In den Wandeinstellungen, Steuerung T oder Command-T, können Sie diese Anpassung an das Dach wieder rufen. Ja, Sie sehen ja auch in den Punkten hier in dem Fenster, dass die Wände eigentlich noch wissen, wie hoch Sie eigentlich sind, sozusagen. Und dann können Sie, wenn Sie die Anpassung wieder rufen haben, nach der Änderung des Daches neu anpassen. Ja, das mache ich jetzt natürlich nicht. Nur noch eine kurze Information zu der Dachfläche. Steuerung T, Command-T. Sie sehen, Taufe liegt auf 2,70 Meter, die Neigung war 35 Grad. Das kann man natürlich im Nachhinein auch ändern. Jetzt ging es aber erstmal nur darum, ein schräges Dach zu platzieren, die Eckpunkte anzupassen im Grundriss und dann im letzten Schritt die Wände anzupassen. Alles klar. Bis dann. Tschüss.